So, wir machen wieder mal ein Fußball-Quest. Ich sage Fußballer als Frauen. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht, aber jetzt weiß ich was anderes. Also, so sehen, oder? Los. Okay, los geht's. Okay. Ich werde euch auf Brose drücken. Welcome to our new football quiz. Let's get it started. Hm, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Erster Spieler, gleich am Anfang. James Sancho. Ja. Erster richtig. Lukaku. Butchlein. Fuck. Trefflein. Kawani. Das war ein richtiges Verschweiß. Davis. Da war ich nicht normal. Henderson. er ist ein gesichter er war eine chance zu antworten Dembele Dembele Great Es ist heute wichtig Keine Ahnung Mignolet Insigne Das ist richtig schön Das ist falsch Das kann ich falsch Das ist falsch Seht Von Dirk Fabinho Seht Seht Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Noch nie gemacht Rolls Tültrottmült Tült Jey Keine Ahnung Immobile 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 Ei Ochoa Kultuorwort Keine Ahnung Aula Ich habe die Hälfte. So, das war mir das mit dem Quiz. Die Hälfte habe ich falsch. Ich glaube, das ist die Hälfte. Aber ist auch schwer, wenn man die nicht kennt. So, ich bedanke mich schon mal fürs Susehen. Bis morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.